Was du gönnst du mir einfach gefrützlig 300€ oder so? Ja, aber dann sagst du mal was ich für ein Gutmensch bin Ja, wow, wer hat da beim Bowlen letztes Mal Getränke gezahlt? Da bin ich wohl auch ein Gutmensch, oder? Ah, halt auf den Maul! Der spielt uns ab! Aber der Patrick ist nervös Ja, du darfst es so nicht herziehen, man! Du bist eigentlich mit Plus ausgestiegen Du hast fürs Erste nichts gezahlt Du hast fürs Erste nichts gezahlt Du hast fürs Bowling nichts gezahlt Für Getränke hast du nichts gezahlt Oben, bei dem Connector-Ding Ach, ja, Entschuldigung Aber trotzdem mit 50€ weniger, was ich glaube Ja, aber hättest du jetzt Erste Getränke halt selber zahlen Dann wärst du aufs Gleiche gekommen Sogar mehr Stell dir vor, wir hätten meine Kreditkarte genommen Und dann hätten wir beim Bowlen 50 gewonnen Dann hätte ich den Elender Wäre der Elender, der hat schon der Patrick Ja, der ist selber schuld Sobald ich in die Firma komme, würde ich sagen Wer der Schwenktisch von der 5-Axis auch nicht drehe Ich lege ihm den Fuffi auch nicht Der wird nicht nachsagen Da muss ich nicht bei der 6-Jahre Sonst tut mir leid Das passt schon Darum springe ich hier Ja, vor allem den Skin hier Das ist ja schon so wie ein Kosovo-Albaner Warte mal, na Verkauf wieder, verkauf wieder Verkauf wieder, verkauf wieder Hier, Enkel, komm Check den Danke So Jetzt gehen wir mal runter Komm her Jetzt werden sie schon nervös Warte, 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 warte Nein, zeig dir nicht, zeig dir nicht Rotiert wieder zurück Jetzt kommen wir Ja Oh, fuck nein Da oben ist er Dreck Oh Jetzt hätte sie sich fast gegen sie Die Garten Hinter da liegt der AK Da liegt der AK Ja, aber das ist die Das ist die Spray and Prey Äh, Galil von mir Herrlich Hätte sie mit der AK Hätte das jetzt nicht geschafft Vermutlich nicht Nein, ich weiss nicht Galil ist vom Spray noch etwas feiner, finde ich Boah Schön Oh, fuck, die war zu weit Oh, fuck, die war zu weit Oh, what, no Er laggt mich noch weg Wie viel hast du denn gemacht? Ja, gar nicht Ja, gar nicht Und du? Nein, 61, ich habe jetzt Ah, ich habe aber echt Oh, mein T Komm, kauf mal ein P Komm mal Mitte runter Okay Jetzt schauen wir mal Ob das klappt Bei den Handeinen Oh, fuck Durch Boah, ich bin auch nicht sicher durchgekommen Nein Ah, fuck Schön Tschöö, Alex Nimm ihn Ja, ja, genau Die immer dir mit Skin nehmen, die macht ein bisschen mehr Damage Ja, schau Ja, schau Nein, nein Gib mir eine Galil bitte Oder so Ach so Egal, egal, egal Egal Schaff und Tasche Ja, ja Dass du das mal sehst, wie Was? Lieber eine Galil anstatt der AK Ja, Galil ist einfach geil Ich weiss nicht, mit der Triffe momentan viel coolerer Shots Ich glaube, sie sind ein bisschen gepusht Mann Mach? Ja The fuck Oh, der ist auch nicht close Oh, der ist auch nicht close Ja Nein Sorry Ah Ah Die Beber Butze, Mann Ja, da wird's Die Beber Butze, Mann Ja, das Ding, ja Einlack Der hat ja ein bisschen chill ist heute und vielleicht ist die Morde Ah, passt schon, alles gut, alles cool Der Typ hat der Gapknife, der ist, der hat nichts verdient Der wird das nicht gewinnen Oh, Hau Ja Es ist, ein Gapknife ist wie ein Judenstern Das ist, der ist, was du weißt So, Galil 5 HP habe ich aber noch Der ist mir in der Stunde Lass mich folgen Ja Da sind wir den Ding einfahren Ok Er ist drauf Ah, fuck, ich hab mich noch gesehen Der Kopf hat gepinkt und nicht Minna. Jetzt müssen wir meine Koffer. Leider, leider, leider. Ja gut, wir haben ja schon vier Runden geholt. Kannst du mal in die Mitte oben gehen vielleicht? Ich habe eh noch einen Burn, ich muss eh noch warten. Einfach, dass du einen Daumen machst, dass wir es etwas aufblicken. Ah fuck, der ist schon close bei mir. Naja, kacke. Entschuldigung, da ist er irgendwo angeboxiert, über die Treppe im Fahrerfahrt. 20 Sekunden, eine Bombe. Ja. 10 Sekunden. Das war mein Fehler, dass ich Bombe dabei geklickt habe. Ich bin in der Mitte. Okay. Remember, this isn't the killing house anymore. This is real life. Okay. Hm... Viel mehr um Minna steps? Ja, 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 ja. Wenn beide zwei Hits kriegen. Adorno-Hit, beide... Oh fuck... Aaaaaaah! Es ist schon da oben! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Jaa! Shit! Man, ich bin da vorne gelaufen und dachte, die sind noch weiter hinten. Und ich hab voll durchgepusht. Ah ja, der andere ist jetzt schon ziemlich schnell gewesen, der Pissner. Ich geh jetzt mit in die Mitte mit der Schottie. Okay. Hallo! 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 Ich glaub, die kommen beide bei dir, Alex. Ich bin da hinten verhübt. Ach so? Ja, aber... Wir werden auch nicht mehr. Bis jetzt auf morgen. Ja. Und dann nochmal fix bei mir. Bälle, Bälle, Bälle. Ja. Ja. Wir haben das. Das haben wir richtig gut gemacht. Aaaaaah! Die Swag7 ist so ekelhaft von der Seite. Die drückt die einfach weg und es erschreckt halt so elendig. Weiß nicht. Und mir auch noch? Komm, fang die nicht, fang die nicht! Ja, ist das nicht die Akak, ja? Ja, kommt doch nicht. Ah, egal. Ja, ich wollte sie dazu bewerfen und sie ist genau unter das grösste Umtrick fallen. Ja! Alles gut. Deine Scheisse, geburned. Fuck. Mehr ist nichts. Ich habe sie jetzt drei Runden hintereinander unexplored. Wir können das tun. Okay, es kommen wieder bei mir diesen Turmbörn durchgegrenzt. Aber mit einer Scout. Aber nur einer bis jetzt gesehen, oder? Ja, echt? Ja, beide da, beide da. Hilfe! Ja. Pumbe, leckte mir da. Oh, kursos. Ja. 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 Ich hab dir viel Geld sonst TC tanzen nicht wirklich über das Grieße Bis morgen Bei mir, bei mir, geil Beide Hast du Schnurz? Ja, ja Beide, beide, sorry Na, fuck Entschuldigung Alles gut Mit dem Schnurz los Ja, der wird jetzt noch schnell auf die Bank gehen Zum Case Opening morgen Kannst du klar schaffen Come on, come on, chop chop Komm wieder bei dir Komm wieder bei dir Ja Komm schon Uprank und Drop Uprank und Drop Komm Na Na Aber Uprank hab ich gekriegt Nice 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 Ja 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 Vielen Dank.